Hallöchen Leute, herzlich willkommen wieder bei ARK Survival Uni. Es geht bald Nacht und ich habe den Weg verloren. Ich habe einfach zu weit gegangen. Ich glaube weiß ich, wo muss ich lang gehen. Wenn nicht, dann habe ich große Probleme. Die Felsen gefällt mir überhaupt nicht. Ah, schon wieder geschafft. Ja, habe ich, seht ihr, habe ich gewonnen, dieser. Ich habe gewusst, ich bin nicht weit weg entfernt von Zoho, oder? Wow, ah, ja, toll, toll, ja. Oh, ist schön kühl. Wie geil. 7 Grad ist es schon. Oh, wahrscheinlich das war die Rakin oder sowas ähnliches. Wir haben heute, letzte Woche, in dieser Folge ein bisschen die Insel geforscht. Also, die Felsen ist nicht so klein, wie ich habe ich erwartet. So, jetzt machen wir. Ja. Ok. Ok. Ja, das sollte rechnen. Ok. 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 Oh, das ist gut. Ok, ok. Ok. Oh, das ist gut. Ok, ok. was will ich hier machen ist erst mal das die zweite geht hier das rein bei Next machen wir Wood rein bei Dender machen wir ah das ist schon Mischmarsch und machen wir die Leder rein hier machen wir das rein also das kommt hier hier ist Wood und hier das 2 schauen wir ach hier habe ich Leder Stein wahrscheinlich das kann ich hier machen und hier machen wir diese fucking Geburtshaut auch gemalt das ist das auch kommen rein äh 3 haben wir noch so und wie viel brauchen wir denn uns noch ein bisschen punkte können wir ein Bett sein virtual machen noch ne hier ja ja oh ja hier 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 wir unser haus ist so gut wie fertig nur jetzt kommt zurück mehr zu tragen und jetzt will ich mir bett machen und zwei punkten haben wir noch so aber wo ist da ist das hier und was brauchen wir 15 mut 28 du scheiße 40 leder dann heißt killen angesagt na blöde ist da dann nacht ist scheiße also erstmal diese einfache stoffen zu bekommen ich glaube jetzt habe ich schon ja ein erster habe ich schon ich glaube ich bin jetzt der nächste so du mir acht haben wir noch ne wenn und so ich habe acht genauen tag gut haben ja und noch diese andere noch bilden uns ja klasse und ja nur leder toll die schweigste ist schon fertig ja ich habe ihn verloren sie sie sich und ist die feuer das war ein bisschen blöde idee weil die nacht sieht man gar nichts gar nicht überhaupt nichts na da zero na ja vergammelt scheiße ja kack noch rum und ich hab noch hunger na toll warte wieso hunger wieso mach ich nicht das komm essen sich die bäden würde mir besser gehen habe ich mir das und ne bett und das so scheiße wo ich bin ich ja auch von anfang anfang gut geleckt wird sein das war sie das video und wie wir sehen und die nächste folge und nächste folge will ich jagen gehen ja ja und tschüss